Go, go, weiter geht's. Willkommen zu Loose Parade. Loose Parade! 62 Siege, 67 Niederlagenbogen. Vor allem müsste ich mehr Punkte kriegen und weniger verlieren als du, weil du einen höheren Rang hast. Ja, oder nicht? Nee. Wie willst du das denn sonst vergleichen? Wie vergleichen? Ja, ich spiele doch nicht so gut wie du. Und deswegen müsste ich bei dem Win umso mehr Punkte kriegen. Ja, wenn du... Ja, aber das wird ja von uns beiden quasi ein Durch... Ey, wir haben schon wieder Fuxi dabei. Das ist die gleiche Lilly von der letzten Woche. Die Welle gibt's. Ey, das ist derselbe, das ist dieselbe Lilly, Junge. Oh. Das weiß ich, weil ich extra drauf... Oh. Weil ich extra drauf geachtet hab, weil die Lilly hieß Foxy mit Caps Lock. Und hat nämlich so gut wie gar nicht geheilt. Und deswegen hab ich ihr erklärt. Please hit Q. Zumal Lilly ist so einfach zu spielen, du brauchst Q nur gedrückt zu halten und rumzulaufen. Hallo. Ja, Entschuldigung. Unter den Lilly Pro Gamern von euch. Klar, wenn man alles aus dem Char rausholen will, dann ist der schon nicht einfach, ne? Abenteuer. Aber Beginner-Tipps for free... Das ist am Anfang einfach. Ab, bis ihr es mit mir zu tun bekommt. Nichts hält dich wahr. Gott, nein! Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Sagara Kerrigan, Alter. Puh. Ich sag dir, die Party wird wieder richtig... ... Haha, tschüß! Vielleicht nicht, Meiner? Hohohohohohohohohohohohohohohoho! Nach Hause geh ! Nach Hause geh ! Ja komm... Surrender, oder, wie geht man raus... Benden? Na Hause. Alter, das kriegen wir nicht. Das wird nix, glaube ich. Foxy Lilly, first time in Euro League in my life. Ja, der Level 7 soll ja. Vielleicht ist das vorher Level 6 Jorik gewesen. Hör auf, Jona, hör auf. Kann alles passieren. Ey, kann sein, dass der mit Lilly zusammen in der Gruppe ist. Und Lilly ist ein Anfänger und mit dem Rang 6er zusammen. Und deswegen spielen die mit uns. Wählt ein Talent, der Werden um Gnade winzen. Sehr gut. Sie alle werden meinen Zorn spüren. Bitte nicht. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Aber der hat doch eben die übelst geflamed. Nee, die Jaina. Nee, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Sie sind im Team. Ja, okay. Dann wird das ja, äh... ...ein spannendes Spiel. Ich sag dir eine Sache, das wird hart. Richtig hart. Richtig hart. Wie gesagt, ihr mal so. Ey, es ist keiner Bot. Alter, kannst schon wieder AFK gehen. Das war's schon wieder. Mach dich gleich bereit, wenn die Tempel kommen. Wenn die durch die ganzen Bünder durchplatzen, ne? Keine Ahnung. Ey, jetzt platzen die da durch. Ich bin fast tot, wenn die ankommen. Ja, aber guck mal hier. Tropfsteinhüllen. Oh, das reicht nicht. Keine Mana halt, ne? Boah, ey, ich reg' mich so auf, ne? Keine Mana x, Junge stun. Ok, tschöööööö. Tschööö. Tschüüss. Ich war ja nicht so gemeint, dass wir ein bisschen das Leben da stehen werden sollen. Ja. Und wer macht XP? Äh, vielleicht. Keiner, ne? Brauchen wir nicht. Ist ja schon keiner Bot gewesen. Jetzt keine Mitte. Doch, Mitte? So, niemand. Nein, jetzt erst. Hingeläst. Nö. Kein Gewohn, du hast gesagt. Ja, Top ist kleiner. Wie auch immer. Ist ja immer irgendwo kleiner. Wie ist sie? Jetzt ist Mitte wieder kleiner, wo ich Top bin. Uzi? Ja, da geht's ja auch nicht schreit. Jaaaaaa Sagara, Sagara, ich muss weg. Ja, die ballert nämlich richtig raus. Ich kann hier nichts machen. Das sind zu viele hier. Ich weiß nicht, wohin ich flüchten soll. Die sind einfach überall. Da, hier. Alter, kannst du voll knicken, Mann. Ja, hier. Wir haben wieder die Noobs im Team von letzter Woche, Junge. Ich könnte so brechen. Wir sind doch erst 2 Level in den Übertreiber. Da. Baller is going down. Ja, geh raus mit 1% Leben. Gar kein Problem. Lass dich abholen. Komm, lass dich abholen. Sure. Dankeschön, danke. Hast einen guten Job gemacht, Baller. Hast einen richtig guten Job gemacht. War ich da? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Mein Tugel ist da. Er ist hier reingelaufen. Kann auf jeden Fall hier nichts machen. Ich hasse das Shield und sehe davon gar nichts, weil es so schnell wieder da ist. Ich kann hier auch nichts machen. Die machen einfach mit Tyrande und Tyrael so viel Schaden. Ich kriege den Top-Schrein nie und nimmer. Das sag ich dir so. Niemals. Und sobald ich mal ein paar Meter rauskomme, da, da bist du sofort dran. Mit Nova, mit Tyrael, mit Tyrande, mit allem. Das vergessen. Kann ich nur ein bisschen, äh... Ah, Rang 7, Junge. Am besten auch aus dem Kampf, ne? Wenn man einen Abator-Buff hat. Waller down. Sehr gut. Platz, Platz, Platz der See. Platz, Platz. Ich bin down. Ich geh down. Alter. Ja, okay. Ey, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich mach auch nichts mehr. Seid mir nicht böse. Ich bin echt. Echt. Jetzt reicht's. Die führen uns so vor, Junge. Kannst du auf gar gehen eigentlich? Du stirbst. Ich weiß nicht, zu spät Alkohol. Ich hatte der Tyra gekillt, der mich auch die ganze Zeit gekillt hat. So, Gaurav, eingesaugt. Und nach dem Einsaugen. Nova-Ulti. Voila, ist auf jeden Fall tot. Ich konnte nur so gerade eben raus. Und Laps to kill. Uh. Ja. Das hat mein Abba-Tor-Wach, ne? Richtig. Oh, hallo Nova. Tschüss. Ich hab gedacht, ich platz mal. Noch mal ne Runde. Es war mir beim Picken schon klar, dass es... Kannst vergessen. Dass mein Abba-Tor-Wach, ne? Ich hab mir was auf jeden Fall gebeten. Ich hab mir mal ne Runde vergenommen. Ich hab mich da mal ne Runde vergenommen. Ah, ich hab mir mal ne Runde verteidigt. Ja, ich hab mir was auf jeden Fall gebeten. Und ich habe einen Runde ja Runde. Jetzt mal ne Runde. Und ich bin doch in der Runde zugest. Und ich bin doch in der Runde. Kingi, ich bin immer alleine, Junge. Die Lilly ist so schlecht. Die Lilly ist so schlecht. Die Leute platzen neben mir. Die hielt nicht. Die rennt im Kreis. Ey, ohne Scheiß. Ja, Lilly. Es war so klar. Warum bin ich nicht einfach rausgegangen? Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. Und die Sonne erleuchtet einen Tag. Ja, das ist bestimmt der Sohn oder die Tochter oder sowas mit Sicherheit, Alter. Ey, was? Was denn? Wie ist sie denn bitte hier reingekommen? Wer denn? Nova. Ja. Sehr gut. Siehst du ja. Gar kein Problem. Als Abadur bin ich häufiger gestorben, als ich gekillt habe. Ja. Zwei Level hinten. Dün, dü, 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 dü. Zwei Level hinten. Dün, dü, 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 dü. Na, wollen die jetzt einen Drachen holen? Sie wollen. Keine Ahnung, Mann. Ich verstehe das Matchmaking nicht. Echt nicht. Echt nicht. Das war ein Kinderspiel. Das war ein Kinderspiel. Allein, um diese Roaches kaputt zu machen, ne. Ja, das Camp hier ist schon halb down. Ich hätte es nicht komplett geschafft eben. Ich habe es nicht mehr gesehen. Alter, so viel Theater und wir haben es geschafft, einen zu killen und zwei von uns sind da angegangen. Das ist einfach unglaublich. Egal, komm, das wir jetzt einfach weiter probieren. Ich fange jetzt auch top. Nein. 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 Ach ja, zu Brut of the Botlane, alles klar? Vielleicht hat er wieder... K.A.L.U.P. K.G. Wala, mit! Wala geht mit, um zu platzen. Vorsicht, wir wollen den Drachen holen. Das kennen die ja nicht. Alter, was ist das da? Wala. Der ist auf jeden Fall davon gekommen. Äh, die Hydra-Junge. Wala, ich glaub den auch mal nach. Alter. Boah! Ich konnte so schnell nicht mal die 1 drücken! Lili, was hast du hier gemacht? Ich bin der Klingel. Es ist ein GF. Ja Ich bin der Fall hier immer gerne Wie down die ist, ich wollte gerade sagen. Tschüss Vala by the way, tschüss. Hey, ich verstehe das nicht, ne? Ich verstehe das echt nicht. Come on, play Lily and just hit the Q-Button. Okay, ich werde sterben. Ah, ich wurde eingesorgt. Alles klar. Du bist gut, George. Kloppa, ne? Bist du auf Schrecken geskillt, oder was? Nö, ich war zu Hause. Ich war da, hinter der... Ja, ja, jetzt ist die Mauer offen, ne? Ja, voll die Mauer offen, ja. Das war die doppelte Nova-Ulti. Kringel. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nichts mehr. Ich frage mich, wie der Typ Rang 6 geworden ist, beziehungsweise 7. Der ist ja Gott sei Dank auch aufgestiegen. Ich verstehe auch nicht, wieso der mit so einem Low-Bob-Vogel zusammentamt, alter. Ja? Die Schreine erwachen erneut. Muss der Mitch alles mitschaffen? Das, obwohl ich gefühlt nichts machen konnte. Mal an nichts dran. Eure Feinde haben eine Festung zerstört. Eure Zitadelle wird angegriffen. Euer Gegner hat eine Festung zerstört. Ja, 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 ja. Joa, ne? Tropfsteinhöhle. Ich kann nichts machen. Tyrael rasch übelst rein. Nimmt die Leute raus, alter. Scheiße. Das WD reicht, so. Ja, ja. Mich hat Nova schon wieder fast gekillt. Ist der Hammer. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Habe ich irgendwas verpasst? Kam gestern ein Patch oder so? Irgendwelche Helden verbessert, verschlechtert, keine Ahnung. Was? Eine hervorragende Wahl. Ich hab Grenzwert. Er ist nah getötet. Geh doch hin! Alter, die Nova, Junge. Ein tödlicher Schlag. Euer Lebenslicht ist erlos. Ich hab auch schönes mal. Er hat einen Account-Frame-Fu geklaut oder so. Kann auch sein. Wie mir das nicht anders erklärt. Irgendwo reingehackt. Oder wie gesagt besoffen. Kann sein. Warum nicht? Weil er sich dafür noch zu hart mies spielt. Hier sind Profis dabei, ohne. Ich hab nur aus, innen wir Quietschen. Na, der Tyrael, ne? Der ist auch immer weggeblinkt, Junge. Der stürmt sich an, Alter. Keine Chance. Nicht ansatzweise ne Chance gehabt. Abstieg. Der Score? Viermal sogar. Ja, Talente. Tschüss.